Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 mit wirrn Ich habe in dem Spiel kaum einen Aufschlag gesehen Den Flömingen nicht auf diese Stelle regiert Irgendwann würde ich auch eignen Paper bei Frau stellt sich und verhaftet ihn direkt. So, jetzt mal sehen, ob alles irgendwann hier mal variiert, oder ob es wieder diesen Standard auch schon gibt, Rückhandschlag auf die kurze Vorhand des Gegners. Also da hin, ja, da endet er nicht. Komm, komm, komm. So, jetzt hat er es geändert und wir wissen jetzt vielleicht, warum er das so macht, weil er offensichtlich kein Aufschlag auf den Tisch springt, den der Gegner nicht sofort aggressiv angeht. Außer die, die er bisher kurz. So. 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 Applaus